So, dann würde ich mal sagen, starten wir in die fünfte und damit die letzte Episode von The Walking Dead Season 1. Und meine Eltern waren in Savannah. Sie bleiben immer im gleichen Ort, wenn sie da sind. Die Marseheuse? Ja, das ist es! Du hast nicht in die Stadt von der Räulein gekommen, hast du? Wir müssen gehen! Ja, warum? Clementine? Clementine! Oh, nein. Oh, Clementine ist weg. Woher sie ist, muss ich sie finden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Wir brauchen deine Hilfe, um sie zu finden. Wir suchen Clementine zusammen. Ja, ja. Was für ein Freund wäre ich, wenn ich da nicht für dich jetzt war? Ich will keine Probleme geben. Wenn Kenny nicht möchte, dann werde ich hier bleiben. Clementine! Was für ein Freund mit ihm an der Räulein gekommen ist, wenn ihr morgens her seid. Vernon! Wir müssen hier raus! Und hier nicht im Problem werden. All die Leute haben, ist die Frau. Und sie nicht im Leben brauchen. Okay, wo sind wir dabei stehen geblieben? Es sollte sie wohl noch klemmt herbar, weil sie verschwunden wird, beziehungsweise ergeben, und sie wahrscheinlich entführt hat. Und was ist es denn? Wow. Kreativ, der Junge, oder der Mann? Aber, wir werden so hundertprozentig für den Haffee. So sehe ich das auch, Kenny. Wie fühlt sich das? Nicht gut. Meine Hand ist heiß. Und es wird ein bisschen schlafen. Sie seien okay, für jetzt. Ja, total. Wir haben nicht viel Zeit. Oh Gott, und die Beißer kommen da hinten durch. Ich kann dieser Zuhörer haben. Wir haben viel weniger. Wir machen alle sicher, dass nichts hier rauskommt. Du bist immer noch der wunderschönste von uns. Ich versuche, einen anderen Weg raus zu finden. Dankeschön. Ja, komm raus. Kann ich mit den Reden vorhören? Das ist die andere Frage. Kann ich mit den Reden vorhören? Das ist die andere Frage. Ich denke, wir sollten so viel Zeit haben. Ja, komm raus. Okay, ich sollte... Okay gut. Äh, das ist Kür rein. Baage. Ich kann die Schränke öffnen. Was ist da drin? gar nichts da was das ein rückensprall das will ich mir nicht vorstellen wie das auf einmal benutzt wird am körper ich kann das teil benutzen das heißt ich denke mal dass ich den so nicht aufbekommen perfekt ich werde diese Tür öffnen in zwei Sekunden hoffentlich und hoffentlich sind da keine Beißer hinter oh nein nicht schlapp machen die nicht schlapp machen oh Gott der Biss sieht immer schlimmer aus gut 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 ist du bist du bist diese ist du bist das muss zu sein Entschuldigung, Freund. Ich muss es tun. Ich will nicht Zeit rausholen. Tun wir das, Leute. Tun wir das. Na ja, komm, hackt ihn ab, Leute. Nichts halt oben abtrennen, bitte. Das ist okay, das ist okay. Wenn ich nicht leben durch das, ich brauche dich zu wissen. Versuch uns zu bleiben. Fuuuuck! Just hold on. Nein! Eieieieie, uuuuh, schau wie's gut aus. Ach, immerhin Abglies, das überlebt er dann. Oh, gut... Oh mein Gott! Wir sehen, dass wir uns verletzt haben. Du bist ein bisschen weg, Mann. Das ist so schlecht. Aber vielleicht habe ich noch mehr Zeit. Du denkst, dass du mit dem Gehen kannst? Du hast ein Blut verloren. Über uns bleibt wohl keine andere Wand. Perfekt. Wir müssen so kalt gehen, wie möglich. Und sehen, ob wir es zu einem leeren Platz machen können. Oder sogar den Rücken. Du denkst, dass es für dich möglich ist? Ja. Los geht's. Bist du okay da unten? Erinnere mich, kalt. Das ist kein Problem. Ein weiterer Arm, aber einfach weg! Jesus! Oh Gott! Ach, das ist der Farsch, oder? Oh Gott! Und weiter nach oben. Oh Gott! 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 Alles okay da oben? Oh, nur noch mal schwarzen! Alter, hätte er uns getroffen, das wäre es gewesen. Ich würde mal sagen, die Etage ist nicht so leer aus dem Krankenhaus. Wir sind aufs Dach geklettert. Perfekt. Auf dem Haus eines Krankenhauses. Auf dem Dach eines Krankenhauses. Wir sind aufs Dach. Wir sind hier. Wissen Sie, wenn Savannah war? Das Crawford-Bastard hat eine Sache getan, ich denke. Daher muss ich ein paar Tausende davon kommen. Sie haben uns hier nicht genommen, warum sie? Sie sind sicher so. Das ist verrückt. Sie können sich nicht nachvollziehen. Sie sind nur aufgewachsen. Ist das? Der Beteilchen war nicht genau so aufgewachsen. Was machen wir jetzt? Clementine ist da irgendwo. Wir haben alles in der ganzen Welt. Wir kommen zu ihm. Wir machen alles, was wir müssen. Schau, wir holen unsere Beherrungen und sehen, ob wir ein Weg finden können. Gut? Gut. Ich... Ich glaube, wir können nicht nur was mit Lee passiert. Er hat viel Blut verloren. Wenn du dich in der Zeit fühlst, oder schlechter, musst du uns wissen. Schrauben wir das. Ich sehe, ich brauche irgendwelche Beherrungen? Na ja... Du könntest mich in der Nähe von mir nehmen. Ich würde mich ein bisschen verletzen. Ja, wir machen. Jetzt was? Wir kommen nach unten und finden eine kleine Mädchen dort. Genau? So sieht's aus. Jetzt, wir holen unsere Beherrungen. Genau. Schauen wir uns einmal hier um. Aus dieser Tür kam der, ne? Okay. Okay. Das ist... zu glauben. Hier ist eine Leiter. Es ist eine Extensionsleiter. Some poor bastard took a spell. Yeah. Looks like whoever was up here painting that sign went ass over tea kettle. So... Das sieht... Da zählt dann noch aus. He or she walked away from whatever accident happened. And that doesn't really mean much. Hm. Hmm. To save sport. Ah. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. So... Okay. 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 So... Okay. Ich kann die Leiter auf jeden Fall einpacken. Oh ne warte mal, bevor ich das mache, will ich mit den anderen beiden noch quatschen. So, Chris da. Das hört sich noch klar an. Das hört sich an. Das hört sich an. Du hast eine gute Idee, um durch diesen Herd zu gehen? Ich arbeite. Willst du da sein können? Ich muss. Ich dachte, dass du und Omid nicht mit mir kommen würden. Wir können nicht aufhören, um uns zu schauen. Du zwei hat sich seit 1. Was ist das? 3? 4? Ja, ich mag es. Die Mansion ist so. Ja. Wenn wir die Belltower nutzen, um sie zu diesem Bereich zu bringen, dann wird es nicht einfach zurück nach Riverstreet. Aber es wäre nicht möglich. Ich bin mit dir. Wir müssen einfach nach hinten gehen. Adeltes. Shit. Die Leute haben das. Ich weiß, nicht? Du hast nie jemanden in einer End-of-the-Welt-Story mit Pei-Fever. Es ist nicht der Zeit, um wissbar zu werden. Ich weiß. Es ist das Problem mit Clint. Es ist alles. Es hat diese Rage in mich, wie ich es gar nicht sagen kann. Ich hatte auch Allergien. Und einfach... F***. Wer war der Typ? Jemand mit Prioritäten? Mh, 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 mh... Mh, mh, mh... Mh, 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 mh... Okay, dann gehen wir noch mit Unmüt reden. Und dann verfrachten wir die Leute zum Gloggen-Tor. Was ist hier passiert? Belltower. Das ist was passiert. Ja, das könnte ich helfen. Hey, ich denke, du bist der Klem-Favorite. Kennst du das? Wirklich? Ja, sie ist ein großer Fan. Du gehst mit was ich niemals. Wir bekommen sie zurück, Lee. Du kennst das, nicht wahr? Ja. Hoffentlich. Aber du wirst nicht mehr schneller gehen, als du musst. Oh, das wäre nicht schön. Wer auch rüberspringt, denke ich nicht, dass ich das kann. Ein bisschen problematisch. Sehr problematisch. Ach gut. Die Leiter. Und die. Packen wir dann gleich. Zum Glockentor.